Eine fast unendliche Geschichte. Salai verlässt Freiburg. Die Nachricht über den bevorstehenden Abschied von Roland Salai aus Freiburg sorgte in den letzten Tagen für viel Aufregung unter den Fans des SC Freiburg. Viele Anhänger des Vereins zeigten sich besorgt über die mögliche Verlagerung des talentierten Stürmers in eine andere Liga. Nach mehreren Spekulationen über sein potenzielles Transferziel äußerten sich verschiedene Quellen zu den Absichten des ungarischen Nationalspielers. Gerüchte besagen, dass diverse europäische Clubs Interesse an einer Verpflichtung von Salai bekundet haben. Dem Vernehmen nach könnte ein Wechsel sogar schon in der Wintertransferperiode anstehen. Salai hat seit seinem Wechsel zu Freiburg im Jahr 2019 unter Beweis gestellt, dass er eine Schlüsselrolle im Team spielen kann. Seine Torquoten und das innovative Spielverständnis haben den Freiburger Fans und dem Trainerteam viel Freude bereitet. Laut Einschätzungen von Experten könnte sein Wechsel sowohl für ihn als auch für den Verein neue Möglichkeiten schaffen. Ein Insider berichtete, dass der Spieler und die Verantwortlichen des SC Freiburg bereits einige Gespräche über die Zukunft geführt haben. Salai habe betont, dass er weiterhin alles für den Verein geben werde, solange er in Freiburg spiele. Dennoch sei er auch offen für neue Herausforderungen und überlege ernsthaft einen Wechsel. Ein weiteres bedenkenswertes Detail ist, dass Salai auf dem internationalen Parkett bereits mit verschiedenen Clubs in Kontakt gestanden haben soll. Ein Ranglistenplatz in einer der besten europäischen Ligen könnte für ihn äußerst attraktiv sein. In diesem Zusammenhang wird insbesondere die Premier League genannt, wo mehrere Clubs seinen Namen in den Gesprächen erwähnt haben. Die Übersetzung des Textes auf Deutsch, Deutschland, ist wie folgt. Die Frage, die sich die Fans jetzt stellen, lautet, wie wird der SC Freiburg auf einen möglichen Abgang reagieren? Historisch gesehen hat der Klub in der Vergangenheit oft talentierte Spieler verloren, jedoch auch die Fähigkeit bewiesen, neue Spieler erfolgreich zu integrieren. Der Verein könnte erneut vor einer schwierigen Aufgabe stehen, wenn es darum geht, einen adäquaten Ersatz für Salai zu finden? Sollte der Transfer tatsächlich zustande kommen? Die nächsten Monate könnten entscheidend sein. Nicht nur für den Verein, sondern auch für Salai selbst, dessen Karriere in eine neue Richtung gelenkt werden könnte. Während die Fans in Freiburg hoffen, dass er bleibt, sind sie sich auch bewusst, dass jeder Spieler das Recht auf Weiterentwicklung hat. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird und welche Entscheidungen getroffen werden. Der Wechsel von Salai könnte eine der spannendsten Geschichten der bevorstehenden Transferperiode in der Bundesliga werden. Autor Anita Farke, Samstag 14. September 2023